Jampen Säftigen, das weltgrösste Holzbau- und Schreinereiunternehmen mit 1200 Mitarbeitenden. Kein Weg ist zu weit, keine Hürde zu hoch. Bla bla bla. Auch wir kochen nur mit Wasser. Auch uns geht etwa die Luft aus. Auch wir kämpfen ab und zu mit der Schwerkraft. Euer Päckchen wird gleich geliefert. Wir melden uns wieder. Auf Wiederhören! Unsere Lieferanten müssen nicht immer, wie wir in Päckchen landen. Und Schärfe bringen übrigens Glück. Aber was ich versprechen kann, wir aus Team Jampen setzen alles daran, um euch zu begeistern. Wir sind für euch da. Jampen. Mehr als Holz.